Hallo liebe Leute, hier ist euer Vortex mit was ganz Neuem und einem Let's Talk about Call of Duty Advanced Warfare. Im Hintergrund läuft ein kleiner Campstrike-Clip, den ich gerade im ersten Spiel habe, auf der Map Fog. Aber uns geht es nicht um den Campstripe, sondern uns geht es um Call of Duty Advanced Warfare. Oder wie ich es lieber nenne, Call of Titanfall Advanced Transformers. Warum der Name? Ja, es ist einfach kein Call of Duty mehr, so wie wir es gerne spielen würden. Und dann ist mal wieder was ganz Neues, es ist einfach nicht mehr das Normale, sondern es handelt sich wieder von der Zukunft ab. Man hat Exoskelette, man hat Superkräfte, man ist irgendwie der King, egal was man macht. Man kann alles, man hat für alles einen Verstärker, keine Ahnung was es da alles für Features gibt. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr das, was wir spielen wollen, so sehe ich die ganze Sache. Ich bin zwar wirklich sehr gespannt auf das Spiel und lasse mich auch echt überraschen, was da die Entwickler sich gedacht haben und wie die das alles umsetzen. Was ich jetzt schon öfters gesehen habe, ist ja der Singleplayer-Modus, dafür gibt es jetzt schon einige Trailer. Die sind ja eigentlich, muss ich sagen, echt überzeugend, weil der Singleplayer-Modus scheint diesmal auch für die Call of Duty-Macher ein großes Thema gewesen zu sein. Die haben ja dafür extra so einen ganz prominenten Schauspieler genommen, der dann hier diesen, nicht Bösewicht, sondern der, der die ganze Revolution von der Atlas Corporation, weil Atlas Corporation ist ja die Truppe, in der ihr spielt. Und ihr wollt ja praktisch eine neue Demokratie ins Leben rufen. Aber der verehrte, herr berühmte Schauspieler möchte das natürlich nicht oder findet das eher lächerlich, dass ihr so denkt, weil ihr könnt keine Demokratie ins Leben rufen, indem ihr in eine, wie sagt man, in eine religiös erbaute Demokratie reingeht, dann alle Leute vernichtet, ein paar Bomben reinschmeißt und dann eine neue Demokratie aufzieht. Das klappt nicht. Zu der Überzeugung ist auch dieser berühmte Schauspieler, ich weiß jetzt gerade nicht seinen Namen, tut mir leid. Aber ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet, ein paar Screenshots, die ich euch mal hier ins Video werfen kann und auch werde. Und darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen reden. Ja, Call of Duty Advanced Warfare, das ist nicht mehr das COD, das wir lieben gelernt haben, das wissen wir mittlerweile jetzt schon alle. Aber naja, wir lassen uns halt mal darauf ein, denn Call of Duty ist eigentlich meist gespielt wegen dem Multiplayer-Modus und dort scheint es so Halo-artige Fortbewegungsmittel zu geben und auch Skorpion, Panzer und allem möglichen futuristischen Kram, was wir eigentlich aus Call of Duty sonst bis jetzt noch nicht kannten. Es gibt ja mittlerweile nur einen klitzekleinen Ausschnitt, der drei Sekunden lang geht von dem Multiplayer-Modus aus Call of Titanfall. Den habe ich leider nicht für euch beraten, aber ich kann euch mal aufklären, was da drin so geschehen ist und was man so erkennen konnte. Ja, man sieht da in diesem kleinen Ausschnitt eine Situation, wo man hinter einem Gegner hinterherläuft. Dieser Gegner fängt dann an zu springen, benutzt sein Jetpack, fliegt über eine kleine Brücke und ist plötzlich hinter uns. Was sagt das uns? Ja, es scheint ein Jetpack zu geben mit direkter Richtungsänderung. Hm, was halten wir davon? Da wird es sicherlich viele Glitcher geben, da wird es nur noch einen Rumgespringer geben in Call of Duty, was ich eigentlich, ganz ehrlich gesagt, nicht so toll finde. Aber was hat das zur Folge, dass es Jetpacks gibt? Natürlich hat das zur Folge, dass viel mehr Leute über uns sind, sprich auf Häusern, irgendwo oben drauf. Wir haben nicht mehr dieses Call of Duty-Feeling so One vs. One, sondern wir haben eigentlich das Feeling One vs. den Himmel. Aber gut, das kann jeder sehen, wie er will. Auf jeden Fall sieht man in dem Multiplayer-Ausschnitt noch eine kleine Stelle und zwar gibt es das Sliden oder das Dashen, wie man auch es immer nennen möchte. Das ist die Funktion wahrscheinlich, denke ich mal, mit dem Steuerkreuz oder mit L1, R1, ich weiß noch nicht, wie sie das gemacht haben. Nach links und rechts ruckartig zu sliden, sag ich mal, ist eigentlich eine ganz schöne Funktion, finde ich, jetzt mal so zum Ausweichen. Sieht sicherlich cool aus und kann man auch mal nützlich benutzen. Ich meine, in den neuen CODs gibt es ja mittlerweile auch schon das nach vorne rutschen oder das Hechten, wie auch immer. Aber man sieht natürlich noch mehr in dem Multiplayer-Ausschnitt. Und zwar sieht man da noch, wie ein Feind mit seinem Jetpack springt und abgeschossen wird. Und zwar wird er abgeschossen von einer ziemlich stylisch aussehenden MP. Aber man sieht nicht wirklich viel davon, weil es ist halt, wie gesagt, nur ein 3-Sekunden-Ausschnitt. Es gibt aber noch die Anzeige unten rechts, wie jetzt hier bei COD-Ghosts, nur dass die ein klein wenig anders aussieht. Sieht aus wie eine Mischung aus COD-Ghost-Killstreak-Anzeige und Black Ops 2-Killstreak-Anzeige. Und zwar sind da noch bei der Killstreak-Anzeige, sind unter denen bildlich für die Killstreaks, sind noch so kleine Zahlen eingraviert, sag ich mal. Wo dann halt Punkte dastehen, wie zum Beispiel 500, dann mache ich einen Kill, dann steht plötzlich nur noch 450 da. Das sagt uns ja, dass die Killstreak-Anzeige herablaufend ist. Sprich, es wird uns nur noch angezeigt, wie viele Punkte wir noch brauchen. Nicht, wie viele wir schon haben, das müssen wir uns dann praktisch irgendwie irgendwo hergreifen. Das sind natürlich jetzt alles, was ich hier von mir gebe, sind zwar keine Spekulationen, aber das sind Infos, die ich auf dem momentanen Stand der im Internet herumlaufenden Infos habe. Also verlasst euch da jetzt nicht so drauf und fuckt mich auch bloß nicht an, wenn das jetzt ganz hier nicht so stimmen würde. Weil ich gebe nur das wieder, was ich im Internet gelesen habe. Aber ich möchte natürlich mehr meine eigene Meinung damit einbringen, hier in das ganze Video. Deswegen würde ich euch mal bitten, in die Kommentare zu schreiben, was ihr von den neuen CODs haltet. Weil ich werde ja am Schluss auch noch meine eigene Meinung und meinen leckeren Senf dazugeben. Aber ich würde euch bitten, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den neuen CODs haltet, was ihr davon erwartet, was ihr gern wieder hättet. Ich würde nämlich einfach mal gern wissen, ob mehr Leute das sehen, wie ich das sehe. Am besten macht jetzt mal das Video auf Stopp. Schreibt es in die Kommentare, damit ihr nicht von meiner Meinung beeinflusst werdet. Und dann, wenn das Kommentar reingehämmert ist, dann schaut euch das Video weiter an. Aber wir machen jetzt erstmal weiter im Effekt mit Call of Duty Advanced Warfare, was es da noch so für Infos gibt. Also ich habe bis jetzt nur gesehen, dass es halt, wie gesagt, diese Killstreak, die herablaufende Killstreak-Anzeige gibt. Dann der Singleplayer-Modus sieht eigentlich ganz schön aus, ist mit ein paar futuristischen Zeug da. Voll gesteckt bis zum geht nicht mehr. Aber zum Multiplayer-Modus, das ist ja das, was alle interessiert. Dazu gibt es noch eine Sache zu sagen. Und zwar, man sieht auch in einem kleinen Ausschnitt, wie da der Herr Spieler mit seinem Enterhaken sich durch die halbe Map katapultiert. Mal ganz ehrlich, Leute, mal ganz, ganz ehrlich. Was ist das für ein Scheiß? Ich will da gar nicht mehr drüber reden. Ich will meine eigene Meinung jetzt sagen. Call of Duty Advanced Warfare ist scheiße in meinen Augen. Ich kann es nicht anders sagen. Dieses Spiel, ich freue mich zwar irgendwo drauf, weil ich wissen will, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht wird es auch gut, das kann auch sein. Aber die Infos, was ich bis jetzt habe, das ist für einen Arsch. Das kannst du gleich in die Tonne kloppen. Warum machen die nicht wieder, warum gehen die nicht zu den Anfängen zurück? Mein Black Ops 2 war ja noch ganz in Ordnung, das konnten wir ja noch spielen. Aber warum machen die das nicht einfach so? Schnappt euch MW2, setzt eure Jungs daran, tut die Grafik wieder aufbessern, macht die auf den Stand der Next-Gen-Konsolen. Von mir aus, wenn ihr wollt, haut eine andere Engine rein. Aber lasst, obwohl, nee, lasst MW2, wie es ist, macht vielleicht den Noob-Tube schwächer. Mir scheißegal, was ihr damit macht. Aber remastert dieses Spiel und ihr macht einen Gewinn, Jungs. Aber warum? Warum Call of Duty Advanced Warfare? Wieso sollte ich mir dieses Spiel kaufen? Bin ich geil drauf mit irgendwelchen überpowerten MPs und Exoskeletten, wo mir jeder um die Ohren huscht? Wie als wäre er, keine Ahnung, was für einer. Als wäre er der letzte Pimp irgendwie. Ich habe doch auf so einen Scheiß keinen Bock. Ich will gemütlich zocken. Und wahrscheinlich wird es dann wieder so sein, dass sich die Macher gedacht haben, äh, es regen sich so viele Leute auf, dass wir die Sniper auf One-Shot killen. Komm, wir machen Hitmarker draus. Oder komm, wir machen das Quickscopen, geht nicht mehr. Ich meine, was haben wir denn davon? Die Spieler, die die ganzen Sturmgewehre und den ganzen Scheiß schon so weit gespielt haben, dass sie sagen, ja, das beherrsche ich perfekt. Jetzt suche ich eine neue Challenge, ich gehe an Snipen ran. Mein, was? Okay, die kommen vielleicht noch mit klar, ja, weil sie den früheren CODs damit schon gezockt haben. Aber für die Neueinsteiger, was ist denn das für ein Spiel für die Neueinsteiger? Die sehen ja direkt das beschissenste COD, was es dann wahrscheinlich geben wird. Mein Call of Duty Ghost ist ja schon scheiße, ich spiele es ungern, aber es ist halt momentan das einzigste COD für die PS4 oder für die Next-Gen-Konsolen. Aber naja, tut mir leid Leute, dass ich jetzt so abgegangen bin, aber es muss jetzt einfach mal raus. Ich würde mal sagen, ihr sagt mir auch mal eure Meinung über Call of Duty Titanfall. Ähm, ich lasse das Video jetzt somit sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, ganz gechillt. Das war euer Vortex, viel Spaß beim Zocken und haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war euer Vortex, viel Spaß beim Zocken und haut rein.